Hi, heute teile ich ein paar Strategien, Methoden, Ideen mit euch, wie ich mir mein Leben mit ADS leichter mache oder es zumindest versuche. Und ich möchte auch noch über internalisierten Ableismus sprechen, den gilt es nämlich aus dem Weg zu schaffen, wenn wir uns das Leben leichter machen wollen. Doch zuerst ein bisschen Storytime. Ich hatte schon immer gewisse Angewohnheiten, die ein bisschen anders waren als bei gewissen Normalos um mich herum. Ich esse sehr oft das Gleiche und auch immer wieder das Gleiche hintereinander zum Beispiel. Ich besitze sehr wenig Kleidung und ich trage auch immer so ein bisschen die gleichen Sachen, bis sie dann komplett kaputt sind. Und ich gehe auch gerne immer wieder an den gleichen Ort in die Ferien. Was musste ich mir da schon an auch lieb gemeinten Sprüche anhören? Und ich habe mich auch immer wieder selbst ein bisschen hinterfragt. Bin ich langweilig und warum kriege ich gewisse Dinge nicht gleich auf die Reihe wie andere Menschen? Doch als ich darüber lernte, wie ein ADS-Hirn so funktioniert, dazu gleich mehr, wurde mir klar, dass vieles davon, was ich machte, nicht alles natürlich, ziemlich gute Coping-Strategien sind, um meine Energie zu schonen und Stress zu vermeiden, wenn ich denn aufhöre, mich selbst dafür zu verurteilen. Die Idee für dieses Video entstand mal wieder gemeinsam mit der lieben Coco von Die kleine Coco hoch 2, denn wir beschäftigen uns beide mit dem ADS-Energiekonto und wie man damit besser haushalten könnte. Schaut also nach meinem Video bitte direkt bei ihr vorbei. Der Link zu Ihrem Video ist in der Beschreibung. Danke, liebe Coco. Schön, dass es dich gibt. Bevor ich jetzt loslege, noch etwas, was mir enorm wichtig ist. Das Einführen neuer Routinen, Strategien etc. sollte nicht in einer Zeit der Erschöpfung geschehen. Dann ist Ausruhen und eben nichts müssen angesagt und kein Aktionismus. Und natürlich therapeutische Begleitung. Doch in Zeiten, in denen unsere Energie gut ist, können wir eben neue Strategien in unser Leben bringen, die uns helfen, unser Energiekonto weniger zu überziehen und vielleicht weniger häufig oder weniger fest erschöpft zu sein. Zumindest da, wo wir es beeinflussen können. Es gibt ja auch noch immer eine Welt da draussen. Wie kannst du jetzt herausfinden, was deine Energie schont? Im Grunde geht es um folgende Frage. Welche der vielen Mikroentscheidungen, die durch den Tag so anfallen, kann ich für mich vereinfachen oder sogar umgehen? Und was ist mir wirklich wichtig? Und was tue ich vielleicht nur für andere und auch, weil man es so macht? Denn unsere bunten Brains sind so gepolt, dass viele dieser alltäglichen Routinen und Programme, die für andere total automatisch ablaufen, sehr oft immer wieder von neuem und bewusster Denkprozesse sind. Das heisst, ich durchlaufe bei so vielem immer wieder die Schritte, die ich machen muss, die andere einfach auf Autopilot abfeiern. Dazu kommt noch, dass vielen bunten Brains Entscheidungen oft schwerer fallen als anderen. Denn es gehen in unserem Hirn jedes Mal tausend Tabs und Schubladen mit unglaublich vielen verschiedenen Möglichkeiten auf, sodass wir regelrecht geflutet werden da oben. Da kann die Frage nach «Was willst du essen?» schon mal einen Freeze-Zustand oder ein hin und her hervorrufen. Das wirkt auf andere vielleicht sehr seltsam und total übertrieben, aber wir sind dann wirklich im Stress? Das heisst jetzt in meiner Logik, dass solche Abläufe möglichst einfach sein sollten und gar nicht so viele Entscheidungen anfallen dürften. Und dass ich gewisse Vorstellungen und Erwartungen einfach mal loslassen darf. Also einige Dinge, die Liste ist nicht abschliessend, die mir mein Leben leichter machen sollen und es auch schon bereits tun teilweise. Fangen wir beim Aussehen, Anziehen, Fitness an. Mein ADHS findet ja immer wieder, dass die immer wieder gleiche Frisur zu tragen total ätzend ist. Doch jedes Mal, wenn ich sie länger trage, muss ich feststellen, wie sehr mich das Styling schlaucht und wie sehr es mich auch nervt, wenn ich die Haare im Gesicht und im Nacken habe. Also, die Haare bleiben kurz. Denn es ist einfach praktisch und ich muss nicht viel tun und die sensorischen Issues sind weg und ich muss auch nicht mehr nach verlorenen Haargummis oder Haarnadeln suchen. Perfekt. Und ich werde weiterhin so wenig Klamotten besitzen und diese so lange wie möglich tragen. Und wenn mir etwas gefällt und es sich super anfühlt, dann kaufe ich es, wenn möglich, gleich mehrfach. Weil das nimmt mir dann die Entscheidung ab, was ich denn jetzt wieder anziehen soll und was ich mit was kombinieren soll. Und ich muss auch nicht so häufig einkaufen, was mich eben auch immer sehr, sehr fest überfordert. Ja, auch online. Und ich werde künftig noch mehr darauf achten, dass die Kleidung, die ich habe, bequem ist. Natürlich möchte ich mich hübsch fühlen, aber ich zwänge mich in nichts mehr rein. Bye, kratzige, enge Jeans, hallo Overalls, weite Hosen und Kleider. Wer es kennt, weiss, wie fest einen das den ganzen Tag ablenken und stressen kann, wenn sich ein Material so in die Haut bohrt oder irgendwas herumrutscht. Ich habe das übrigens jahrelang übergangen und auch sehr fest maskiert nach aussen. Schau mal bei dir, ob du das auch versuchst zu verdrängen, denn da liegt für mich sehr viel Energiepotenzial begraben. Ich habe auch damit angefangen, mich ans wenig geschminkt oder auch ungeschminkt sein zu gewöhnen, denn wie oft bekam ich in Vergangenheit fast einen Nervenzusammenbruch, weil es zu lange dauerte oder es mir nicht gelang. Und ich lasse hoffentlich künftig auch ein bisschen mehr von Perfektionismus los, wie ich in den Videos aussehe oder eben nicht aussehe. Und ich habe auch damit aufgehört, mich zum Sport, zum Fitness zu prügeln, wenn es für mich eigentlich ein grösserer Stress als ein Nutzen ist. Und stattdessen suche ich mir irgendeine Aktivität, die gerade besser passt und die mir gerade besser tut. So, machen wir einen Ausflug in den Haushalt Essgewohnheiten. Ich habe nach langem mit mir selbst verhandeln endlich einen Entsorgungsservice angeheuert, der das Leergut und Karton bei uns vor der Haustüre abholt, auch wenn die Sammelstelle ums Eck ist. Denn ich habe die Säcke trotz der Nähe so oft nicht weggebracht, bis es wirklich nicht mehr lustig war. Und natürlich habe ich mir auch ein so grosses Gewissen deswegen gemacht. Kann man verhindern, ne? Und dieser Service ist auch überhaupt nicht teuer. Also das ist sehr zugänglich für viele Budgets. Dann der Staubsauger zum Beispiel muss bei mir im Bad liegen, dass ich sofort danach greifen kann, um zum Beispiel das elende Katzenstreu wegzusaugen, das immer wieder von neuem da herumliegt. Ich bestelle zum Beispiel auch den Wocheneinkauf nach Hause und ich führe eine gemeinsame digitale Einkaufsliste mit meinem Partner auf Google Keep. Das spart mir einfach, das jedes Mal darüber nachzudenken, was brauchen wir jetzt eigentlich genau. Und ich weiß, es ist so neuliegend eigentlich, aber manchmal kämpft man sich einfach mit den falschen Strategien durchs Leben, weil man irgendwie denkt, sowas zu organisieren sei zu kompliziert. Und ich schaue beim Einkaufen, dass ich immer Gemüse für den Tiefkühler bestelle und dass ich Fertigreis im Schrank habe und auch sonst Lebensmittel bereit habe, die ich einfach leicht zusammenschmeissen kann, wenn Kochen oder Vorauskochen nicht geht. Was häufiger vorkommt. Ja, das scheint auf den ersten Blick wohl wenig nachhaltig, aber es ist ziemlich sicher nachhaltiger als der Food Waste, den ich unabsichtlich jede Woche produziere, wenn ich mir frisches Gemüse kaufe. Und ich esse weiterhin immer wieder das Gleiche, wenn ich was gefunden habe, das gerade passt. Und ich lasse mich nicht mehr vom FOMO, also Fear of Missing Out, stressen. Und wenn ich mal einen ganzen Tag nur Müsli oder Toast esse, dann ist das okay. Denn ich weiss, es werden wieder bessere Tage kommen. Und wenn ich jemals wieder umziehen muss, Gott bewahre, der Geschirrspüler ist ein absolutes Must für mich. Genauso wie Pfannen und Co., die da rein können. Dann noch die Kategorie Produktivität, Organisation. Ich habe damit angefangen und möchte auch künftig vermehrt Chat-GPT und sonstige AI-Lösungen für einfache Prozesse und Konzepte nutzen. Und ich versuche generell, das Rad weniger neu zu erfinden. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Und mir schneller Rat und Hilfe zu holen, wenn ich mit etwas struggle. Oder es mir eben einfach total das Leben aussaugt. Und ich versuche auch, möglichst viel zu automatisieren. Zum Beispiel stelle ich gerade so viele Rechnungen wie möglich auf Lastschrift um und entferne auch manuelle Schritte in meiner Buchhaltung, die mich sonst jedes Mal zum Wahnsinn treiben. Und ich habe mir auch wieder vorgenommen, mir ein Limit an Terminen zu setzen, die ich pro Woche fix wahrnehmen möchte. Das variiert natürlich je nach Energiepegel. Und ich verplane mich nicht mehr zu weit im Voraus, dort wo es irgendwie möglich ist. Denn ich weiss doch nicht, wie ich mich dann fühlen werde. So leid es mir tut. Und, Lifehack, man suche sich Freundinnen, die selbst so drauf sind und dann auch nicht böse werden, wenn mal was nicht klappt. You know who you are. Kurz, wir müssen herausfinden, wo Energie abfließt und wie wir das beändern können. Und die Lösungen sehen von aussen für andere vielleicht seltsam aus. Aber das ist total egal, solange für sie für uns stimmen. Diese Erkenntnis kam mir leider erst nach knapp 40 Jahren. Und bis dahin habe ich mich sehr oft viel zu sehr gepusht. Denn wenn es mir so geht wie jetzt gerade, ich bin ziemlich am Ende, bin ich verdammt froh darum, das Leben schon so leicht wie möglich zu haben. Und in guten Zeiten habe ich dann einfach auch mehr Energie auf meinem Energiekonto übrig und kann das in Wichtigeres und Schönes investieren. Was sind denn jetzt die Voraussetzungen, dass das funktioniert? Erst einmal das Naheliegende. Für viele braucht es Therapie und Medikamente und sonstige Begleitung vielleicht noch, um solche Veränderungen im Leben auch umzusetzen. Und wir müssen unseren internalisierten Ableismus erkennen und abbauen. Wir müssen es verinnerlichen, dass es okay ist, uns das Leben zu vereinfachen. Wir spielen das Leben schon bereits auf sehr hoher Schwierigkeitsstufe mit unserem bunten Brain. Aber letztendlich, finde ich, dürfen doch alle Menschen das Leben so leicht haben, wie es nur geht, auch ganz ohne Grund. Und das heisst auch, dass wir loslassen müssen und dürfen von Vergleichen mit anderen und den fixen Vorstellungen, wie etwas korrekt gemacht werden soll. Im Zentrum soll stehen, dass wir zufrieden sind und wir teilhaben können an allem, was uns im Leben wichtig ist. Dass wir die Energie dort ausgeben können, wo es uns am meisten Freude bringt. Und das hat nichts mit Faulheit und Bescheissen zu tun, sondern mit dem bewussten Umgang mit unseren eigenen Bedürfnissen und Werten. So, wie sieht es bei dir aus? Welche Dinge willst du mit mehr Stolz und Überzeugung machen, weil sie dir Energie sparen? Und wofür möchtest du deine gesparte Energie denn lieber ausgeben? Schreibe es mir in die Kommentare. Ich freue mich immer, eure Perspektiven zu lesen. Schaut bitte auch noch bei Coco vorbei. Sie hat bestimmt auch noch sehr viel gute Inspiration zum Thema. Und lasst dir bitte auch ein bisschen Liebe und ein Abo da. Denkt auch mir gerne ein Abo und einen Like, wenn euch das gefällt, was ich da mache. Abonnier gerne meine Newsletter und folgt mir auf Social Media. Und das alles findet ihr unten in der Beschreibung. Und falls ihr noch mehr Videos von mir schauen möchtet, die zu dem Thema passen, aber erst nach Cocos Video bitte, dann habe ich noch eins zum Thema Schwarz-Weiss-Denken und eins zum Thema der innere Pusche. Danke euch fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!